Ich kann euch mal vorstellen, das ist der Wort Lepse und Gini Beate Willen. Und wir beide, wir haben uns vor ungefähr einem halben Jahr zusammengefunden aus der Liebe zur Country Music. Und das hier ist unsere Premiere quasi. Und deswegen freuen wir uns eigentlich doppelt, dass wir heute aus der Country Music unseren kleinen Beitrag zum Konzert geben dürfen. Viel Spaß mit euch! Vielen Dank! 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 Vielen Dank!